Mich interessiert im Moment natürlich nicht, dass es ein Derby ist. Also ein Derby sehe ich eh nicht als Derby jetzt. Mir interessiert nur, dass wir punkten müssen. Das ist mir jetzt wichtig. Und da ist es in dem Fall wirklich egal, ob das mein alter Verein ist oder nicht. Sondern wir brauchen die Punkte, das ist entscheidend. Dass wir ruhiger schlafen können. Weil es schon natürlich in dieser Situation, wir sind nicht am dritten Spieltag, sondern am elften Spieltag, wenn du da letzter bist, dann schläfst du nicht mehr so ruhig. Meine eigene Statistik, die spricht einfach Bände. Hier in Stuttgart meinen sie jetzt, oder? Die Statistik, die ich habe, mit zwei Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen, ist die aufgrund dessen, dass ich jetzt 18. bin, beschissen. Diese eklatanten Abwehrfehler in den Griff kriegen, das ist entscheidend. Weil sonst nützt uns das Spiel, das wir wesentlich besser nach vorne machen. Weil wir spielen nicht schlecht Fußball, aber das nützt uns dann nichts. Wenn wir immer aus Situationen in Rückstand geraten, wo wir dann natürlich psychologisch im Nachteil sind und aus unseren Chancen die Tore nicht machen, dann nützt uns das alles nichts. Also das ist entscheidend, dass wir diese Dinge abstellen. Also das ist entscheidend. Es kommt alles zuerst. Vielen Dank.